Ich lass die Bitches tanzen à la Figaro Es ist Blackout, Shawnee kriegt ein Blackout Blackout, Blackout, Shawnee kriegt ein Blackout Moin Moin ihr Landrand, was geht ab? Blackies am Start in Hamburg In der schönsten Stadt der Welt Ha! Meiner Meinung nach Auf jeden Fall von den Städten her, in denen ich schon war Natürlich ist es schon wieder rot hier Mit dem geilen schwarzen neuen Plastik Dekor drauf Mega geil Heute will ich einfach nur mal einen Vlog aufnehmen Weil das Wetter ziemlich scheiße ist Und mir ist aufgefallen, dass alle meine Videos Irgendwie Immer Sonnig bis Nur ein bisschen bewölkt Dann nehme ich auf Weil es mir dann am meisten Spaß bringt zu fahren Natürlich, ich hasse es, wenn es nass ist oder feucht, so wie jetzt Dann fahre ich echt nur, wenn es wirklich nötig ist Sonst fahre ich mit der Bahn bzw. mit dem Auto oder so Aber heute will ich auf jeden Fall ins Büro und es soll jetzt nicht mehr regnen Deswegen fahre ich mal jetzt und dachte, ich nehme mal so einen richtigen Hamburger Shit-Wetter-Vlog auf Weil es ist halt Es war irgendwie so Letztes saß ich im Büro und habe ein Video geschnitten Und das war so geiles Wetter in diesem Vlog schon wieder Und ich denke mir so, hä? Die Leute denken sich, Hamburg ist immer super sonnig Guck aus dem Fenster und es hat geregnet Deswegen ist Harz hier auch einen Tag früher gefahren, weil es am nächsten Tag nur geregnet hat Weil es einfach irgendwie leider so ist, dass Hamburg dann doch so weit nördlich ist Dass es hier so oft schlechtes Wetter gibt Also es ist echt Wahnsinn, wenn man das mit Süddeutschland vergleicht Bei meinen Großeltern oder so Das immer gutes Wetter, immer gefühlt Und in Hamburg ist es halt echt, würde ich sagen, selbst im Sommer Weniger als 50% Sonne Und sonst ist es halt echt immer Regen, feucht, bla Ja, gestern war so ein Megatag 37 Grad Voll heiß Und heute Regen Das ist halt so Dieses Komische Es kann auch von einem Tag auf den anderen umschlagen Und jetzt seht ihr, hier ist auch alles komplett verwölkt Verwölkt? Verwölkt? Wie heißt das? Nichtsdestotrotz So ist es halt richtig oft Und das ist halt derbescheiße, weil hier hat man kein Grip und so weiter Kann man nicht richtig fahren Man muss sowieso besonders vorsichtig sein Ich habe ja hier auf meinem Bike habe ich ja quasi Slicks drauf Die haben ja überhaupt kein Profil Und dann ist es halt richtig scheiße, muss man den Kurven aufpassen Ich habe natürlich ABS Das ist schon mal was Gutes Aber Trotzdem ist es halt nicht so geil, ne? Und dann ist es noch schlimmer, wenn es dann regnet Wenn man halt klitschnass auf dem Bike Und dann ist man immer neidisch auf die Autofahrer, die da mit Sitzheizungen sitzen Geiler Mucke Und so, dass es dann Wenn schlechtes Wetter ist, doch chilliger Nichtsdestotrotz, wisst ihr ja, ich bin hart im Leben Ich fahre das ganze Jahr Auch im Winter Und so weiter Deswegen Aber ich wollte noch mal was sagen Das mit den Reifen Ist der aber komisch Ich habe mit einem Kollegen von mir geredet Der auch ne KTM SC hat Und gesagt Das quasi, wenn du die Reifen neu drauf machst Die Standard Reifen Dass sie quasi schon nicht mehr legal sind Wir sind schon nicht mehr erlaubt Weil das Reifenprofil Muss so und so viel Millimeter haben Immer Und über den ganzen Reifen Und das hat es am Rand gar nicht Hey, fängt der Don wieder an? Nice Da vorne steht ein Schild Am wann das anfangen müsste Gucken wir gleich mal drauf Genau, aber das ist halt richtig unlogisch so Dass es von Werk so ist Dass sie schon nicht mehr legal sein können Eigentlich ist so komisch Ich verstehe das auch manchmal nicht Was jetzt erlaubt ist Was nicht erlaubt ist Und wie, was, wo geht Es ist so merkwürdig Nichtsdestotrotz So, das ist Hamburg So ist Hamburg Zu 95 Prozent Und so weiter So, da steht das jetzt So, da steht das jetzt Das passt mal um hier 28.07 Der Dom mag ich aber richtig gern Ich feier das so doll So nice Es macht immer richtig Spaß Früher Als man ein Kind war Ist man immer Also für die Leute die nicht wissen Was der Dom ist Der Dom ist natürlich keine Kirche hier Oder Kathedrale Der Dom ist so ein Jahrmarkt Fest Irgendwas Ähm Und es war halt Damals Wollte man immer die Achterbahn fahren Und die Karussells Und so weiter Und heutzutage Mittlerweile ist es so So, dass man einfach Ich mit meinen Freunden Oder einer Freundin oder so Jetzt habe ich ein Haar im Mund Dass wir einfach da mal hingehen Nur fürs Essen Weil es da so geile Sachen gibt Einfach so irgendwie Gebrannte Mandeln Wie heißen die Scheiße Schmalzkuchen oder so So und so Gebäck Irgendwas Auf jeden Fall Mega lecker Das alles Da geht man da hin Und frisst sich einfach Richtig voll witzig Ist auf jeden Fall geil Ich hasse diese Stelle hier Erstmal Dass es einfach 30 kmh sind Hier Und dass hier dann Leute So mitten auf der Straße fahren Nächstes Trotz hoffe ich es Dass ich einfach In den nächsten paar Tagen Noch vor dem nächsten Wochenende Einen Hänger organisiert bekommen Dass ich mein Bike mit Nach Süddeutschland bringen kann Dann kann ich mal ein bisschen Geile Kurven fahren Ein paar geile Strecken Und so weiter Ich bin da wie gesagt Immer noch am gucken Soweit habe ich am Video Von gestern glaube ich Auch schon angesprochen Ja man darauf habe ich auf jeden Fall Bock Gib mal Gas hier Und fahrt nicht so langsam Ja und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal gucken Und mich ins Büro begeben Und sonst auch noch ein bisschen Arbeiten Ein bisschen worken Und damit werde ich dann glaube ich Schon mal das Video Wir sehen uns dann aber morgen Dann haben wir jetzt nicht auf jeden Fall Neue Stimme Wir machen Häufchen Und bis dahin Macht's gut und macht rein und dann warten Pa, pa, pa